Das hier sind 500 Euro und das hier sind die neuen Champions League Karten. Und ich werde heute diese 500 Euro in FC 25 Champions League Packs investieren und versuchen, die besten Karten zu ziehen. Hoffentlich nimmt mich eh nicht hops und zieht mich komplett über den Tisch. Wurscht, Freunde, auf geht's direkt im Pack Nr. 1 und direkt ein Walkout. Rechter Flügel Argentinien aus der MLS? Sag jetzt bloß, das ist Inter-Miami. Es ist Inter-Miami. Als ob, Freunde, wir ziehen hier im ersten Pack tatsächlich Lionel Messi. Heute haben wir das Pack-Lock auf unserer Seite. Freunde, und was macht der hier für einen wilden Tanz? Auf einmal die Gitarre, der Dance-Move, der hört ja gar nicht mehr auf. Und ich schwör's euch, Freunde, mittlerweile ist eine Minute vergangen, der Kerl hört nicht auf. Die Moves, die werden einfach nur immer wilder. Ein richtig geiles erstes Pack, auch wenn er nur 20k wert ist. Boom, er geht direkt in unsere Startelf rein. Und mit ihm habe ich auch die erste meiner insgesamt 5 Challenges schon fast abgeschlossen. Denn damit dieses 500-Euro-Champions-League-Pack-Opening ein Erfolg ist, will ich mindestens ein 88er-Team haben. Fünf Special Cards, eine 88-Plus-Champions-League-Karte, zwei 90-Plus-Spieler und die zwei Goats Messi und Ronaldo ziehen. Das wird eine Aufgabe, aber wir haben ja insgesamt 60.000 FC-Points. Da wird Zeit. Ha, gönnen die nächsten 350 FC-Points ebenso? Ha, ha, nein. Ha, Hanoutovic. Der Bruder sieht alles andere als erfreut aus. Und nach gutem Start musste ich mit den nächsten 50 Euro erstmal die Kack-Packs aus dem Weg räumen. Ein 84er Palacios, ein 84er White und nochmal ein 84er Palacios waren dabei. Schon das höchste der Gefühle. Aber hier im Onana-Pack ist noch Karim Adijemi dahinter. Der ist immerhin 15k wert. Come on, aber im nächsten Pack, jawolleck, das ist eine Team-of-the-Week-Karte. Es ist kein Walkout. Innenverteidiger aus Belgien, aus der Jubiläer Pro League. Es ist Royal Antwerpen, der einzige Tobi-Alder-Wehreld-Ex-Tottenham-Spieler, der mir da einfällt. Und der ist es auch, 83er Rating. Immerhin die erste Special-Card heute. Jo, aber wird nichts wert sein und genau so ist es. Und im nächsten Pack haben wir wieder den alten Bekannten Onana gezogen. Aber dahinter ist auch noch Hurtig. Also Hurtig, ab ins nächste Pack. Und es bleiben nicht mehr viele Packs. Dann sind die ersten 100 Euro auch schon weg. Aber wir haben eine Walkout. ZOM aus Deutschland, aus der Bundesliga. Wirts oder Musiala? Wirts oder Musiala? Wirts oder Musiala? Es ist der FC Bayern. Und das heißt Jamal Musiala, der Dribbler. Der dürfte auch mehr wert sein. Guckt euch das mal an. Jawolleck, Junge. Da bin ich jetzt gespannt, Freunde. Wie viel ist der Bruder wert? 80.000 Münzen. Schisch. Da habe ich mies Bock drauf. Versteht ihr? Weil sie Bock heißt. Ja. Fantastisch. Ich hätte nicht erwartet, dass das so lustig wird. Und wir sind mittlerweile beim letzten Pack angekommen. Der ersten 100 Euro. 50 K-Pack, kein Walkout. ZOM aus Frankreich. Premier League. Junge, ich stehe komplett auf dem Schlauch. Wer könnte das sein? FC Chelsea? Na klar, ein Kunku. Der hat nur noch eine 84. Ist der was wert? Oh Gott. Denn falls nicht, dann wäre das eins der schlechtesten 50 K-Packs der Geschichte. Aber Kommando zurück, Freunde. Ein Kunku ist knapp 20.000 Münzen wert. Damit ist das hier das Team nach den ersten 100 investierten Euro. Immerhin schon ein 84er Rating mit Musiala und Messi. Und als Special Card auch schon all der Wehreit. Super. Aber keine Sorge, Freunde. Es ist noch lange nicht Schluss. Wir haben noch 400 Euro. Und ich kann euch sagen, es wird noch einige richtig geile Packs in diesem Video geben. Und von mir aus darf es direkt so weitergehen. Ein 50 K-Pack zum Start. Kein Walkout. Aber trotzdem keine schlechte Karte. Manu Lacanje von Man City. Der ist richtig knackig. Oh, und es wird sogar noch besser. Alphonso Davies dahinter noch in dem Pack. Und mit den Stats kann sich auch eine 82er Karte sehen lassen. Er ist auch 25.000 Münzen wert. Wir gönnen uns direkt das nächste 50 K-Pack. Walkout und Team of the Week. Oh mein Gott. Zentrales Mittelfeld. Portugal. Aus der Saudi-League. Ich dachte jetzt an den Bernardo Silva von City oder irgend sowas von. Al-Hilal. Das kann eigentlich nur Ruben Nevesch sein. Was hat der? Eine 86. Und da tänzt er raus. Die nächste Special Card, Amigos. Leider aber die einzig gute Karte in dem Pack. Und nur 17 K-Wert. Das ist eine Schande. Aber ab jetzt kommen hier die richtig dicken Packs. 170 K Champions League Pack. Guckt euch die Chancen an. Hier müssen wir was Geiles ziehen. Here we go. Das ist auf jeden Fall ein Walkout. Und das ist eine Special Card. Ich glaube, das ist eine Europa League Karte. Innenverteidiger aus der Bundesliga. Deutscher Innenverteidiger von Eintracht Frankfurt. Das wird Robin Kochs. Es ist ein Double Walkout. Musiala. Musiala zum zweiten Mal. Jawohl. Und er klatscht ab. Mit Robin Koch 86. Alter Schwede. Ein geiles Deutschlandpack. Und Robin Koch zeigt dir auch den Daumen nach oben. Genauso wie du auf diesem Video. Wenn es dir bisher gefällt. Ehre, Bruder. Schisch, Freunde. Und dahinter auch noch Lamin Jamal in dem Pack. Der vermutlich aktuell beste Flügelspieler der Welt. Und Freunde, wir haben einen Lauf. Wir hauen nochmal ein 20-Euro-Pack hinterher. Und das könnte eine blaue Champions League-Karte sein. Zentrales Mittelfeld aus der Niederlanden der Liga. Franky de Jong. Oh mein Gott, Franky de Jong hat ja eine Karte. Okay, es ist Chirona. Wer spielt bei Chirona? Das ist Van de Beek. Nein. 85. Ah, das ist zu niedrig vom Rating. Aber wenigstens eine Champions League-Karte. Von den Stats her sieht er sogar brauchbar aus. Nur wert ist er halt nix. Aber auch wenn er die 88-Plus-Champions-League-Challenge nicht abschließt, ist er immerhin unsere vierte Special-Karte. Zwei Packs gehen sich mit den zweiten 100 Euro noch aus. Ein 1.500 FC-Points-Pack. Wieder ein Walkout-Innenverteidiger-Italien-Serie A. Ich tippe jetzt mal auf Lombardia FC. Jawolleck, es ist Inter Mailand und es ist Cristiano Ronaldo. Der ist aber kein Innenverteidiger. Das ist der nächste Double-Walkout hintereinander. Bastoni und CR7. Oh, Diogo Schota und Kamavinga auch noch dahinter in dem Pack. Das ist richtig geil. Und bei den Duplikaten ist wieder ein Bock. Macht immer noch Bock. Letztes Pack vor der 200-Euro-Marke. Nochmal 1.500 FC-Points. Nochmal Walkout. Torhüter aus Italien. Ja, natürlich. Das ist Donnarumma. Höhmänner, tatsächlich. Gianluigi Donnarumma. Kommt er auch? Hallo? Kommt er auch? Ja, ganz gemächlich kommt er raus. Da guckt er noch auf die Uhr. Ja, ja. Ich hab Zeit. Ich hab Zeit. Und der Kerl ist irgendwie ein Meme. Da lädt er sich auf einmal hier. Wo stützt er sich da ab? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe aber, dass sich die zweiten 100 Euro richtig gelohnt haben. 85er Rating. Und guckt euch das Team jetzt mal an mit den 4 Special Cards. Das sieht schon deutlich geiler aus. 300 Euro Budget bleiben damit jetzt noch übrig. Ich hätte gesagt, wir ballern rein in die nächsten 100. Die starteten direkt mal lustig. Erstes Pack 83er Alvaro Morata. Zweites Pack 83er Alvaro Morata. Der Kerl verfolgt mich. Mit dem 84er Costa und dem 84er Palacios öffnete ich danach zwei schreckliche 50k Packs. Und noch unzählige Kackpacks mehr, die ich euch hier jetzt erspare. Dann endlich ein 85er Alex Isak. Der war zumindest 20k wert. Bisher läuft es noch nicht. Schön langsam kann wieder was kommen. Team of the Week hat der Innenverteidiger. Keine Ahnung was für Land. Olympique Lyon, Freunde. Aber ich hab überhaupt keinen Plan. Es ist Clinton Marta. Der hat nur eine 81, aber 83 Tempo für einen IV. Damit haben wir neben der Messi plus Ronaldo Challenge jetzt auch die 5 Special Card Challenge abgehakt. Und Lul, Freunde. Der Kerl hat den längsten Namen aller Zeiten. Clinton, Mucconi, Marta, Pedro, Lorenco. Ja, leck, Wumio. Hu, Freunde. Und es sind wieder neue Promopacks im Store. Wir gehen direkt rein ins Erste und haben den Walkout. Torwart. Argentinien. Und damit ist klar, wer es ist, Freunde. Weltmeister Torwart Emiliano Martinez kommt. Rang geslided. Komm on, wir haben Packlack. Jetzt gönnen die Packs. Jetzt gönnen sie. Nächster Walkout. Innenverteidiger aus Spanien. Aus der weiblichen La Liga. FC Barcelona. Vielleicht ist es Marpiléon. Bitte. Die hat eine 90 oder eine 89. Die hat eine 89 an der Angel. Jawohl. Sie angelt sich selber. Und das ist auch lustig, denn sie hat auch den Angel. Playstyle. Also ich fand es nicht lustig und ich habe auch nicht gelacht. Ja, Mann. Zeig doch selber auf die Karte. Das bin ich. Nur das Ding ist, sie hat leider kein 90er Rating. Aber kein Ding. Nächstes Pack. Jetzt kommt das 90er Rating. Nein, da ist ein Walkout und ich glaube, ich habe eine Maske gesehen. Ja, natürlich Stürmer Nigeria aus der türkischen Liga. Galatasaray, Freunde. Es ist der Maskenmann Viktor Ozyman. Und kommt er jetzt hier auch wirklich mit Maske? Der kommt hier wirklich mit Maske raus. Zack. Das bin ich. Der Ozyman. Dritter Walkout in Folge. Richtig nice. Dahinter auch noch ein 85er Riat Maris. Und wenn wir einen Lauf haben, sollen wir den nicht unterbrechen. Das gibt es nicht. Der vierte Walkout in Serie. Stürmer aus Deutschland. Aus der weiblichen Frauenbundesliga. Schiller oder Popp. Es ist Wolfsburg. Und das bedeutet natürlich Alex Popp. Halleluja. Der hat sich hier richtig rausgeschmissen. Die hat ihre Karriere, glaube ich, mittlerweile beendet. Aber hier rastet sie nochmal richtig aus. Ich bin mit dem letzten Pack schon mal zufrieden. Eins noch vor den 300 Euro. Da ist keine Special-Karte oder kein Walkout drin. ZDM aus Brasilien. Aus Berlin. Ist aber gut. Newcastle United. Und das ist Bruno Guimaraes. Der ist auch was wert wahrscheinlich. 85er-Karte. Der ist sicher was wert. Okay, Freunde. Ich nehme es zurück. Er ist 4K wert. Aber mit ihm und den anderen Neuzugängen in der Startelf haben wir nach 300 Euro jetzt ein 86er-Team. Es wird. Es wird. Und wir fackeln nicht lang rum. Haben ja noch 200 Euro zur Verfügung. Und haben die nächste Special-Karte. Rechtes Mittelfeld Marokko aus der Super League. Es ist eine Karte von Galatasaray. Und es ist Hakim Zierk mit einer 85 Europa League Road to the Knockouts-Karte. Wieder eine Special-Karte. Ah, nice. Und dahinter auch nochmal der 85er Ischak in dem Pack. Komm an, wir schießen noch ein 1000 FC-Points-Pack hinterher. Und haben den nächsten Walkout der Rillo. Torwart aus Deutschland. Da kann es eigentlich... Oh, La Liga. Ja. Das ist die bessere Option. Es ist eine FC Barcelona. Es ist Gregor Kobel. Es ist ein Double-Walkout. Holy moly. Die beiden schlagen hier ein. Einmal Gregor Kobel. Einmal Marc-André Tastegen. Zwei der besten Torhüter der Welt aktuell. Also, Tastegen ist jetzt verletzt. Aber wenn er fit ist halt, ne. Auf die beiden Jungs hab ich richtig Bock. Genauso wie auf den Hypersmall. Den Torwart hat er schon mit dem Smiley drauf. Link in der Beschreibung. Kannst du gerne abchecken. Wow, aber Holy moly. Und ein 87er Swans noch in dem Pack. Und auch ein 87er Declan Rice. Das Pack hat gegölbt. Und wir haben auch im nächsten Pack wieder eine Gönnung. Schon wieder ein Walkout. Zentral defensiv England. Premier League. Declan Rice nochmal. Sag nicht, es wird Declan Rice nochmal. Es wird der FC Arsenal. Natürlich wird's nochmal Declan Rice. Richtig überragend. Wow, hoppla. Aber jetzt ist der Declan K.O. gegangen. Hallo? Hallo? Lebt der noch? Ja, okay. Der steht auf. Dann in den nächsten Packs musste ich mich aber wieder etwas gedulden. Ich hab nur Grütze gezogen. Aber mein Highlight. Einmal Pedro Poro mit einem 83er Rating. Und im nächsten Pack direkt nochmal in Spanien. Und der Kollege Aridan war auch eins meiner absoluten Highlights. 43 Tempo. Komplette K-Karte. Aber was ist das für eine Frisur, Junge? Ganz ehrlich, das ist schon brutal. Genauso wie das nächste Pack, weil es ein Walkout ist. Stürmer aus Deutschland. Frauenbundesliga. Wird es wieder pop? Nein, FC Bayern. Boom, 86er Schüller. Da kann man überhaupt nicht meckern. Da baut's und guckt sie euch an. Sie will den Golfschlag ausführen. Zack. Rein da. Hole in one. Und läuft bei uns dahinter auch noch Starge der Team of the Week von Werder Bremen. Und wir haben noch ein paar Packs, bis die nächsten 100 Euro weg sind. Aber kein Walkout. Aber Freunde, das ist glaube ich Julian Alvarez. Oh, ist das schade. Der war letzte Woche noch im Champions League Team 1. Aber jetzt halt nicht mehr. Ist aber immer noch eine Baba-Karte. Die könnte noch was wert sein. Die ist noch was wert. 25.000 Münzen. Ich meine, seine 90er Champions League Karte wäre mir natürlich lieber gewesen. Aber ich mecke gar nicht. Und auch bei den restlichen Packs dieser 100 Euro war noch einigermaßen Vernünftiges dabei. Mit Schlotterbeck hatte ich noch einen stabilen IV. Mit Grimaldo zumindest noch ein Walkout. Damit hat das 400 Euro Team jetzt ein 87er Rating. Richtig geile Karten und auch viele Special Cuts auf der Bank. Das sieht definitiv spielbar aus. Aber uns interessiert noch viel mehr. Was geht mit den letzten 100 Euro noch? Und ihr seht's Freunde. EA gönnt nochmal richtig geile Promopacks. Wir starten rein. 1000 FC-Points fürs erste Pack. Und es ist der erste Walkout. ZOM aus Portugal aus der Premier League. Manchester United. Es ist ein Double-Walkout. Granit Xhaka von Leverkusen. Und der 87er Bruno Fernand. Schon wieder ein Top-Pack. Also vom Rating her wert sind leider beide wieder nix. Und nix wert war auch das nächste 10-Euro-Pack. Da hab ich nen 83er Zapata bekommen. Wollt ihr mich verkacken, EA? Ich mein, guckt euch das Pack mal an. Da ist jeder Kacke. Aber bitte, wir fahren die harten Geschütze auf. 100k-Pack. Come on, here we go. Rechts vorzeitig aus Deutschland. Walkout-Bundesliga. Es kann nur einer sein, Freunde. Joshi Kimmich. Aber ist noch was dahinter? Nein, er ist der Einzige. Da ist ja auch wieder nix wert. Das ist richtig. Und mit dem 84er Dorfbück als bester Spieler in dem 100k-Pack, das 20 Euro kostet. EA, das ist ein Witz. Aber das Pack hier ist der Heilige Krall. Deluxe Road to the Knockouts Pack. Und kein Walkout, wollt ihr mich verkacken? Freunde, das ist doch ein absoluter Joke. Dani Olmo, das Pack kostet 25 Euro. Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Autsch, das Pack ist ein einziger Unfall. Das ist ja noch schlimmer, als Schalke-Spiele anzugucken. Wow, aber bei der Profi-Wahl habe ich wenigstens den 91er Champions League Harry Kane bekommen. Und nachdem die teuren Promopacks auswand, stieg ich für die letzten 20 Euro wieder auf die günstigeren um. Die gönnten mir auch nochmal direkt Mr. Grimaldo und auch noch den 85er Germany, der 18k-Wert war. Aber ein Pack haben wir noch. El Ultimo für 500 Euro. Wieder ein Walkout. Zentrales Mittelfeld aus Belgien. Aus der Premier League. Oh mein Gott, lass es Man City sein. Es ist Man City. Boom, Freunde, unser bester Spieler zum Abschluss. Der 90er Kevin De Bruyne. Der Erste mit dem 90er Rating. Und damit, Freunde, ist das hier das fertige Team nach 500 investierten Euro in Champions League Packs. 87er Rating sieht gut aus, aber nur eine Champions League Karte, das ist ein bisschen enttäuschend. Außerdem habe ich drei von meinen fünf Challenges nicht geschafft. Jetzt seid ihr gefragt, war es trotzdem ein Erfolg oder bin ich von EA über den Tisch gezogen worden? Und wenn dir das Video gefallen hat, zeig es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Und hier gibt es noch ein 1000 Euro FC-25-Pay-Copening. Was ich da wohl gezogen habe, klick es an und find es raus.